Hallo Leute, willkommen erstmal. Das ist hier ein Informationsvideo, so gesagt. Ja, ich bin der Taijun. Cranky ist auch bei mir. Er wird euch jetzt erklären, worum es hier geht. Wieso ich? Weil du den Kanal hast. Ja, also wir, die Gamer Boys, also es gibt zwar noch mehr, aber keine Ahnung, wir haben ja eigentlich nur die Videos hochgeladen. Wir haben unsere eigenen Kanäle jetzt. Wir laden da unsere Let's Plays hoch und machen nichts mehr auf die Gamer Boys. Und ja, und deswegen hören wir auf. Also ich lese euch mal vor. Umzug. Hey, wird mit einem Y noch nicht geschrieben? Wir hören auf mit die Gamer Boys. Aber, das könnte von eurem Vorteil sein. Denn, wenn ihr Let's Plays machen wollt, aber nicht so recht wisst und sie bei uns hochladen wollte... Wollt, kommt er hin. Du hast das auch geschrieben. Du hast das geschrieben, Junge. Ich weiß nicht mal, wie sowas geht. Und was auch immer was zu tun hat, meldet euch bei Cranky, Joker und Taijun 300. Das sind unsere neuen Kanäle. Ja, okay, meiner ist schon länger, ne? Ja, ich habe länger. Also, falls Let's Plays und so, ne, wenn ihr so Bock drauf habt oder vielleicht ein bisschen angesehen werdet bei einem Spiel oder so, dann könnt ihr das bei uns hochladen. Mit 50 Abonnenten stehen wir eigentlich ganz okay. Da sind unsere normalen Kanäle sogar richtig im Nachteil. Das interessiert mich aber nicht. Und jetzt erklär mal weiter, was sie machen sollten, genau. Ja, einfach bei unseren neuen Kanälen melden. Also, Cranky the Joker oder Taijun 300, das sind jetzt unsere neuen Kanäle. Wie sollen die sich denn melden? Ja, einfach anschreiben oder... Ja, dafür müssen die auch einen YouTube-Kanal haben. Ja, Cranky the Joker oder Taijun 300. Ja, dafür brauchen die einfach einen YouTube-Kanal. Warum sollen die das dann bei uns hochladen? Achso, genau. Ähm... Es gibt überhaupt keinen Sinn. Ähm... Hey, wie meinst du das? Wie... Warte, warte, warte. Damit die uns anschreiben müssen. Brauchen die einen YouTube-Kanal, ne? Ja. Warum sollen die dann die Videos bei unserem YouTube-Kanal hochladen, wenn die einen eigenen haben? Keine Ahnung. Ja, das hast du jetzt wirklich geil. Ja, vielleicht, vielleicht, wenn die... Weil wir haben 50 Abos und diesen neuen oder so und danach... Und danach... Und dann laden die einen Video hoch und danach sehen die, ah, das ist von dem und dem und dem. Und danach sehen die das, ne? Okay. Von dem, das ist dann, wird er vielleicht bekannter oder sonst irgendwas. Wenn du uns überhaupt jemanden kennst. Ich glaube, wenig. Mit den 50 Abos, da steckt ja was hinter. Ja, und zwar Abonnenten. Warte, äh, die sollen sich dann bei unserem Skype melden. Ja, der Name, ja, der muss in die Beschreibung dann schreiben. Also, mein Tag Skype-Name ist Tyjoon. Ja, meld euch einfach bei Tyjoon dann. Genau. Edith mich und schreib mich an. Dankeschön. Ist es vorbei? Nein. Soll ich aufhören? Nein. Was hast du denn noch zu sagen? Ich spiele jetzt Almesia. Ja, und spendet ein Euro an mich, damit ich 15 Euro zusammenkriege. Wie, was? Cry of you. Ich weiß, ich bin armselig. Ich habe aber keinen Bock mehr Geld auszugeben. Hä, hey, wie ist 15? Das kostet nur 10. Ich, nein. Half-Life 1, ein Atomi kostet 15 Euro. Echt? Ja, Half-Life normal kostet 10 Euro. Okay, ja, ich glaube, das war's, oder? Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr werdet vielleicht noch... Ihr werdet euch noch ein bisschen von uns hören. Du weißt, das sieht man im Bild jetzt, ne? Ich weiß. Du bist so unnötig. Okay, wir sehen... Jetzt ist es oben links in der Ecke. Jetzt ist es oben rechts in der Ecke. Jetzt ist es unten links in der Ecke. Und jetzt unten rechts. Okay, wir sehen uns dann. Ciao, ne? Einfach auf Stopp. Stopp. Pause. Löschen. Stopp. Nein, da, Stopp. Löschen. Pause. Pause. Löschen. Löschen. Stopp. Sag Tschüss, fertig. Du wolltest eigentlich nur eine Minute machen, aber jetzt haben wir schon vier Minuten. Und 30 Sekunden. Jetzt habe ich 30 Sekunden. 31, 32, 33. Guck mal, wie leise ich bin. Was ist das denn? Guck mal, sieh sie, wie leise ich bin. Uuuuuh. Wir haben ähnliche Probleme, oder? Okay, wir hören jetzt auf. Hier zuvor. Jetzt. Jetzt in 10 Sekunden. Einfach auf Stopp, ne? Ja. Auf Stopp. Umzug. Uuuuh. Taitun. Uuuuh. Ich habe flöschengeklickt.